Ah, ok. Ach ja. Alles klar. Ich hab nichts anderes erwartet. Ja, weiter vom Eingang. Ja, wie? Jetzt haben wir weiter nach vorne cheaten oder was? Ja, doch klar. Zeig dir hier, guck das Haltstall vor. Ich bin ziemlich beschlattert. Guck mal, ob die Dinger da drauf an kannst. Selber kommt mal. Jetzt krieg ich halt die Kohle. Du brauchst ja auch dringender als ich. Ach ja. Wie ist das so? Ich glaube, wir haben schon was gelernt. Ich könnte schauen, wenn ich wollte. Doch, jetzt kannst du es tatsächlich. Ja, weil es eine andere Figur ist. Sie haben ihr eigenes Geld. Ja? Ok. Da wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Du siehst auch verdächtig aus. Ja, das ist doch so oder nicht? Bist du jetzt schon, ja. Aber trotzdem passt ich, dass wir irgendwo was verbastern. Soweit wir jetzt schon gerannt sind. Ja, aber wir sind hier nicht bei Nack, was wir nicht aufgefallen sind. Ok. Der kann's. Ja, der ist auch ganz schön übel. Aber er schießt wie bei Nack gegen irgendwelche Bomben, Dinger. Ja. Ja. Und das ist doch. Wie du dich verriegen kannst, ey. Ja, ja. Gut. Mich frechst. Wie findest du? Wir können schon. Oder ist gut. Ja. Ja. Cooler Old schau ich mir an. Oh, Mann. Guck, da ist der Schatz. Tatsache. Was ist der Schatz? Ich bin mir das von unten drauf. Ja. Ich komm doch hier nicht mehr weg. Ja ja. Ja ist doch, wenn du da so Scheiße machst. Mach kein Schatz. Oh, komm mal hier. Aber wir müssen ja dann nicht weiter. Okay, schon mal nicht. Staube die Höhe. Wie eine helle Flamme. Samenpakete. Dann ist das mir. Haha, du Schwarz. Das ist voll geil mit dem Wabbel Wabbel. Ob ich nix machen kann. Unfair. Wabbel Wabbelfall macht's auch irgendwie. Das ist klar, Mann. Das ist aber nicht so schwer, dass er wirklich auf einen Luft-Skylander wechseln wird. Ne, das ist nett. Habe ich schon gar nicht mehr darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Dass hier sowas stärker ist. Da oben ist irgendwas, und auf der anderen Seite geht's weiter. Da geht's wahrscheinlich weiter, ja. Dann würde ich erst mal links da diese Schriftrolle holen, oder was das ist? Schrieb mal zu. Kann man nur so umschieben. Auf der anderen Seite. Warte. Was kriegt das? Kannst du denn nur da hin? Du bist ein Kacknabbel. Du konntest ja nix so eines da hinschieben. Mach's hoch. Du hätt's eben nicht schieben müssen. Erst dann. Und was bringt das? Das bringt nur mit Kacknabbel. Schieb's halt da hin, wo du willst. Ich bin hier die Sachen mit. Du kommst da ja gar nicht hoch. Du musst da hier rüberschieben und dann da rutspringen. Und dann kannst du dann da rüber. Ja. Das hast du vollkommen richtig erkannt. Ja. Warum hast du denn das gemacht? Ja. Ich bin hier wohl zu schwer. Wie du den Scheiß holen gehst, wie der Affen da drin ist. Das ist so dumm ey. Das ist so umgekehrt heute. Ne. Nett wie bei Mac. Nett wie bei Mac. Keine Schriftrolle gefunden. Nehmen wir schon, woher die seltsame Armee der Griebels wirklich kommt. Viele glauben, dass sie einfach aus bunten Eiern schlüpfen. Durch einen relativ geringen Preis können machthungrige Zauberer und Hexer sie dutzendweise im Katalog Schergen Umschau bestellen. Alles klar. Also gibt es sogar einen Hut umsonst dazu. Ich will auch den Hut haben. Der sieht gut aus. Aber nur einen Griebel. Wahrscheinlich. Ein flammender Erfolg. Wie dir da Damage raushaust ohne Ende ey. Ist doch noch ein Hammer aufgewertet. Ist drauf man. Woho. 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 Luftpost. Luftpost ist gut. Das ist für einer schon wieder. Irgendeiner, der wieder was von uns will. Ich weiß nur, dass da links ein riesen Schatz war. Du musst verhindern, dass die Griebels den Schlingschlucker einsperren. Sie sind eine bedrohte Pflanzenart. Oder auf jeden Fall Art. Hehehehehe. Da ist ein Schatz ne. Ja, was weiß ich nicht. Wie kommen wir denn da hin? Den nutzen können wir nicht. Fabisch. Hier links war auch ein Schatz ne. Ja. Woho. Da oben, guck. Da ist wie du da hin. Das ist voll geteasert ey. Bisschen schon. Hier geht's hoch wahrscheinlich. So, wie du schon vorplanst ey. Hm? Plan ich schon vor. Genauso durchkommen wie du hast. So, ich komm nicht mal hier hoch mit dem Flettenkerd. Ja, nur Schatz ist dafür gewesen. Ja, ja. Du wolltest ja keine Schatzkiste du bei ihm war. Boah, ich komm nicht mal drunter durch. Guck. Ja. Das ist dein Grund mal. Da gibt's da. Wo hast du jetzt. Ja. 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 Nicht nur was, das ist einer. Ohne Gräfen, das ganz gut. Mensch, du bist wie gar nicht, quasi. Doch, doch. Du bist wie klein. Wer holt? Wer will hier? Wer weiß. Ist doch das Wünseste. Hier muss runter, irgendwo, oder? Nee. Oder, doch? Schau mal runter. Hm. Kann man nicht runter. Ich nicht. Offensichtlich nicht. Ich muss hier aber dann noch einen Weg gehen. Ja. Irgendwas muss hier noch sein. Du wurdest pulverisiert. Kommt mir denn da hin? Ja. Das sieht man ja überhaupt nicht. Äh. Okay, ich wollte ihn ja nicht holen. Oder will ich nicht holen? Scheißegal. Nee, nee. Gut, nee, nee. Du brauchst ja auch wieder 1600 für dein Spiel. Teese. Ah, der ist gut versteckt, ey. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir sowas haben. Da brauchst du, glaub ich, diesen Snake-Kerl. Wollen wir gleich gucken. Mal hier genau. Sehr nett. Was machen wir denn da? Ein Unterteil mit so einer Sprungfilter. Ja. Der da oben ist kein Klettern. Der kann klettern. Der ist noch so ein Kerl, ne? Das ist irgendwie so eine Art Feige oder so. Die anderen sind ja keine Swap-Borse, ne? Dann haben wir sowas, nicht? Ne. Dieser schwanken Kerl. Wahrscheinlich. Irgendwas. Da ist doch ein Verbesserungseil. Ja, aber der ist auch so ein Ding da. In der Höhe wieder. In dieser Zone sind Skyderte des Lebens-Elements stärker. Da ist doch. Ja. Geht's doch überhaupt rum? Doch nicht. Doch, doch, wenn geht. Wenn die Plattform mal kommt. Ja, toll. Bringst du mich halt um. Weil du da dumm rumstehst. Ist nicht wie hier in Diablo, dass du da hergeportet wirst, wenn du ein halbes Jahr nichts gemacht hast. Hier erregend wie Diablo, irgendwie lecker ist das auch so. Ja, von mir aus. meinen Lieblingsacağım Moment. Wenn du schnell food doppeltest scenen, willst du in den Sahans verkont backyard? Holher würde sie das ja wissen. Heheheh. Heheheheh. Ohohohohohohohohohohohohoho. Du hast ja nur gehofft, dass du hier drauf raus kommst. Ich kenne mich schon aus mit dir, da ist was. Da ist noch was hier drüben, guck mal hier. Was ist da? Scheissex da, Mann! Ja, guck mal, ne? Oh, er legt mich doch am Eimer, oder? Wollt ich mich verarschen? Ah! Ja, keine Ahnung. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier? Ich doch nicht. Guck mal da, was ich hier für einen geilen Scheiß finde. Seelenstein. Toll Wurst. Was auch immer das bringt. Seelenstein gefunden. Neue Kraft freigeschaltete Eisenmaul. Wenn wir vorschauen. Verlopper, du sagst. Neue, so einen, den wir da haben. Ja, natürlich. Die zeigen dir die geilen Kallis, damit du sie kaufst. Ja, genau. Boah! Mama, den will ich haben! Ja, willst du aber jetzt noch runterfahren? Ja, bis es genug ist. Außerdem bin ich ja ein Wasser-Pokémon. Äh, Skylander. Ihr Schweine. Ne, ich habe auch eine Schweine. Ha! Wie gut, Schmidt. Kommst du mal? Kannst du mal? Ja? Vogel? Ha! Ja, war gut. Wer sich da oben liegt. Wie kommt? Sammeln sie lächerlich. Du bist halt zu dick um uns jetzt. Ja, wahrscheinlich. Oh, warte mal da ist das. Ah, jack. Oh, warte mal. Was wir hier rum wollen. Ja, hier war ja das Grünliegen. Das ist ja uninteressant. Verbesserungen. Jawoll. Ja, gut, du kannst ja auch mal was machen jetzt hier wieder, ne? Ja, das machen wir. Oktopeitsche. Ja, das machen wir. Jetzt können wir in die Leute hauen. Alles klar, mit der Oktopeitsche. Ja. Erhöhte Gesundheit. Das ist gut. Ja, klingt zumindest gut. Nicht, dass wir das jetzt brauchen würden, aber... Du brauchst das. Und schon wieder ist das Geld weg, ne? Schon krass. Das ist cool. Was bist'n du? Der ist geil. Hehehe. Was? Hehehe. Hehehe. Oh, Mann. Deswegen sollten wir uns verbessern wahrscheinlich. Okay, jetzt reicht's mir. Hier. Zack weg mit dir. Ins Gesichteneis. Ja. 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 So ne Zorro-Maske. Besser da unten. Hier ist aber noch was. Ja, da wird's weiter gehen. Ne, ist auch was. Okay. Wir müssen spontan. Haben wir was? Haben wir nicht. Wir brauchen irgendwie Erde. Ja. Ja. Technologie. Das ist ein Element. Okay. Da unten geht's auch rum, ne? Da kommen wir nicht hin. Ne, ist das wo wir eben den Seelenstein geholt haben. Ja. Würde ich auch behaupten. Den wo... Achso, das können wir ja nicht machen lassen. Sag mal. Ja. Das ist doch das Problem, meiner ganz klar. Es wäre wieder sowas gewesen, nach der BN. Grunde genommen, nur wenn du von Anfang an mitgespielt hast, hast du hier gute Chancen und würdest fahren. Ja, oder es können noch was sein, oder? Ne. Gut, aber nichts. Wenn du meinst, dass du beim ersten Spiel schon ordentlich was gekauft hast. Ja, ja. Weil den könntest du dann ja Skylanders haben, die ausgelevelt sind, zum Beispiel. Ja, natürlich, genau. Voller Kohle und ohne Ende. Das ist für Kinder ja krass, in dem Moment. Ja. Die haben was davon, dass sie immer nur ein Spiel spielen. Ja. Stimmt wohl. Voll die Vorbeutage über Kinder. Ich weiß gar nicht, hast du mir da in dem Multiplayer-Modus auch Geld und Lenno bekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Nö. Ist dann ganz schön krass, ne? Wieso? Wenn du dann jedes Mal hier diese Singleplayer-Kampagne dann spielen musst, um zu leveln und so. Ja. Okay, was ist denn hier drin los? Ach so, du musst das da holen. Ich muss den woanders. Wir möchten hin, hier. Du musst eins holen, ich muss da eins holen. Okay. Wie kommst du da hoch? Geh mal auf den Schalter drauf. Ach so, wir mussten uns nur verbinden, oder was? Ach so, jetzt haben wir nur einen Strahl bekommen, weil wir die Läger nicht geholt haben. So, danke. Ich muss nicht das, was noch an sich spielen. Ich muss nicht das, was noch an sich spielen. Aussichtszüge? Was ist da oben? Na, der hat Laketen-Spiegel oder sowas. Was bist denn du da oben für eine, Alter? Kann die nicht hauen, ne? Weiß wie. Wer treffen kann, endlich. Du bist auch fast tot, ne? Ja, ja. Krass. Da ist ja so ein Aussichts-Sculpting. Oh, ja. Wir gucken mal durch. Kürfrunde. Weggesnackt. Wo willst du jetzt? Wahrscheinlich wieder in der Zukunft. Ja, irgendwo in der Zukunft. Kann man den mal kaputt machen, in der Zukunft. Und das. Genau, irgendwo ist vielleicht. Was denn das? Wollt den Korb kaputt machen? Toll, noch ein Kippe gefunden, ey. Ja, soll loszahlen. Recht. Wäre mal Kohle, wenn es mehr Kohle mehr geben würde, ey. Im Sinne von Essen, mein ich jetzt. Ja, das ist schon wohl. Damit du ja ein bisschen HP bekommen. Das haben wir ja auch nett, oder? Nee, ich glaub nicht. Das ist nett, was du mit Pfeil gemeint hast, oder? Nee. Dann haben wir's, halt. Ich guck lieber nochmal genau nach. Nee, das ist so ein Kreis mit nem Pfeil durch. Das ist wieder was anderes. Okay. Das bist du, du bist doch ne Rakete. Und der klettert. Und der klettert, das sieht man ja auch da unten dann nochmal bei seinem Symbol. Ja. Nee, da haben wir den nicht. Du bist auf dem Blink. Wie viel Kasse ist das Rockforz, den jetzt da gibt? Ja. Ja. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber sie verschleppen irgendwen in Roben in diese Richtung. Oh, sei vorsichtig Skyländer, sie sahen gefährlich aus und auch fies. Die Griebels, nicht die in den Roben. Ja. Schon klar. Du bist voll der Humpenkerl. Ja, sieht's hoch, denk ich. Irgendwie. Denk ich auch. Da kann ich mich wieder hinschieb. Das können wir hier also hin.